Hallo Magic, hier ist Kierkanal. Schönen guten Morgen. Momentan keine Ausgänge. Keine Ausgänge. Vielen Dank. Die Schiffe melden sich an, egal von der Kanal kommt oder von der Hörde kommt. Die werden eingeplant in einem Schleusenvorgang. Die Schiffe kommen dann in den Zulauf. Wir fahren das Kläusentor auf, das Schiff fährt rein. Das Fahrzeug ist jetzt eingelaufen, die Prima. Ein Passagierschiff. Es kommt kein zweites mehr dazu, deswegen fahren wir jetzt die Kammer zu. Wenn wir jetzt das Tor zugefahren haben, dann öffnen sich hier die sogenannten Schütztafeln für den Umlauf, für den Wasserumlauf. In diesem Fall ist es so, dass hier diese beiden geschlossen sind. In dem Kanal sind die beiden Schütztafeln auf. Das heißt, der Wasserumlauf oder der Pegelausgleich, der findet dann statt. Ist der Pegelausgleich stattgefunden, wenn alles abgeschlossen ist, dann bekommen wir hier grünes Licht und können dann das Tor, wie gewünscht, dann wieder auffahren. Das ist das Tor, wie gewünscht.